Magier-Teil ist wohl der einfachste Bezirk in der Clanstadt. Wir haben hier auch natürlich die Möglichkeit, das Default-Layout wieder in 1 zu legen. Und dafür haben wir wie immer natürlich unsere Skelettfässer mit dabei. Und dann jede Megahawks. Die Heilzauber werden so gesetzt, dass wir hier einmal bei den hinteren Magiatürmen weiter hochheilen. Einmal die Lakaien mit dazu, damit die sich hier um die Kanonenkarre kümmern. Und dann haben wir den letzten Heilzauber gegen die hinteren Riesenkanonen. Und dann setzen wir dort, sobald die Schweinreiter in der Mitte sind, noch mehr dazu. Skelettfässer jetzt hier wieder oben mit dazu bei den Speerwerfern. Da ist kein Flächenschaden mehr. Das heißt, die Skelette können da wirklich wunderbar für die ganzen Hawks tanken. Der Barbar tankt einen Schuss. Und dann kommt auch der Riese, der jetzt hier auf den Magiaturm gesetzt wird, löst die beiden Fallen aus. Und damit ist es natürlich auch der einfachste One-Hit, den es gibt.